Swastakasana, die heimelige Stellung. Raffaella zeigt, wie es geht. Zunächst bringe die Beine in Swastikasana, die Stellung des Wohlwollens, also einen Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und den anderen Fuß auch. Anschließend gibst du die rechte Hand auf das Herz und die linke Hand an die Nase. Das ist Swastakasana, die heimelige Stellung. Denn Swastaka heißt ein gutes Heimhabend im Sinne des Angenehmen, also eine Stellung, die angenehm ist, in der man sich zu Hause fühlen kann. Mehr Informationen über dieses und tausende von anderen Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de